... Guck mal, ey, das kann dir nicht passieren, okay? Lass bitte auf keinen Fall den Mann schmutzig werden von Dernburg. Das mag ich nicht, okay? Na toll, na soll's. Komm zum Neuen. 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 Jetzt reicht's. Jetzt habe ich bald mit ihm gespielt. Denn Achtung, jetzt kommt er, der gefährlichste Mann hier bei uns in Pulverzin, unser Sheriff. Geht so, mal lass' Courkamp. Unser Sheriff wäre schon lange hier, der war schon vor der Stadtrasse. Und wer gegen die Landwirte jetzt unterstützt, muss die Stadt verlassen. Sehr schön. So, nehme ihn mit und Achtung, 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 ein Hai, ich habe. Sag mal, du kannst dich mir doch nicht anders ausmachen. Mach es durch den Kopf raus. Du spielst eine Leiche? Oh, die hat er erzählt. Genau. Doch, gestattet uns unsere Lebensfamilie. Und... Was ist denn der überhaupt? Der spielt eine Leiche? Nee, der sitzt da oben. Nein, der spielt eine Leiche. Der ist so irgendwie erschrofft bei den beiden da, die da waren. Und seitdem sie ist jetzt da. Und ich sehe den Ton. Ja. Und platzt meinen Augen. Warum? Bei jedem ist auch bei jedem. Ja. Du sollst eigentlich mich alles wegzuttern. Ich hab dich. Ja, warum? Du spielst eine Leiche. Ach guck mal, wie sieht's der Kloppe auch, ne? Ja. Wunderbar. Ja. Ja. Aber nicht ohne zu überprüfen, ob der hin ist. Mit der Aufplatz ist er hinten. Nein, das ist aber anders. Natürlich aus wie der Krankschwester. Sie macht jetzt bei uns runter. Hey! Das war jetzt aber nicht so ausgemacht. Du hast keinen Platz sitzen. Richtig. Ja. 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 Mann, aber das ist ja einen Eintritt. Nein. Ja. Er beginnt. 11. April 1861, mit dem Kanonbeschwung von Fort Sucker, und Ende 9865 für das Übergabe der kapitel. Der PCR beimpee ist es Kapitel von deinem Meist. Als erstes die Glenn. Das kann wir nicht in die Jahren. als ganz die Kaloriener und die Ortsamik. Dauernd nicht süd, dann verdreht ihr! Atmen! Yeah! Bekaut! Musik Das letzte blutige Kapitel fand fünf Tage nach der Übergabe der Kapitulation statt. Am 14. April 1865 wurde damals amerikanischer Präsident Abraham Lincoln einen Herrn während einer Vorstellung hindert sich ein fanisches Süßland. Musik 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 Wo wird hier nichts mehr in die Straße verstopfen?